So Ja wieder dahin Ja die kommen vielleicht mit ich weiß nicht ob das gut ist aber die können auch mal hingehen Dann haben wir uns wieder aufgebaut Jetzt rennen wir die mal. Ich hoffe dass wir da überrennen können Oder nee da oben ja auch noch was da muss ich auch mal aufräumen später Irgendwo die da versuchen diese Ressourcen unter Kontrolle zu bringen Dann nehmen wir wieder alles aufbauen her Man weiß es ja nicht Ist alles in Ordnung auf der Seite? Nee hier bauen sie ja mal nicht mehr auf Gut War vielleicht auch der Gegenangriff von denen Ach die gehen ja trotzdem in die Luft dieses Halt Dinger Schau mal aus ob der Reichweite ist Ist ja gemein Ja die ziehen wir ganz schön ab An Lingenenergie Aber jetzt haben wir hier die Basis erreicht Ah Kabale Noch ein paar Überlebende aber jetzt sind sie tot Der ist jetzt zerstört worden aber ich stehe immer noch keine Ahnung Ist immer wieder so ein Grafikfehler Ah da war noch Plutonium Guck mal das können wir so uns aneignen So gehen wir jetzt hier hin Gemeinsam mit denen Oder warte mal Hier sind noch was Kann man da Ich muss kurz gucken Vielleicht sind alle rot hier Nicht so gut Ah ne hier ist nichts Gut hier ist nichts Kann man auch bringen da hin Checken Dann können wir hier Die bauen noch nicht auf Dann können wir hier mal wieder Ja brauche ich da Ah Klingt doch nicht versickt Klingt doch nicht verguckt Äh das ist auch gut für unsere Produktion Für unseren Aufbau Wenn die das wieder machen Ja da kann ich glaube ich nicht hin Ich kann die nicht nehmen Weil die Leute entdeckt werden dann Was war denn da? Was kam denn da noch an? Gegenangriff? Ohne Erfolg? Natürlich Ja nimm mal hier zwei wieder So Aha Hier sind ein paar mehr Hier sind ein paar mehr ja Aber wirklich viel auslegen können die dann auch nicht Wo sind denn meine beiden Baudrohnen hier So Wann da los? Was ist denn da? Da oben Da oben hieß was Gut wie siehts hier aus Dann können wir hier zwei Drohnen Ahja Kann man hier rüber bauen Das ist gut Das freut mich Das muss ich wohl so machen Dann so Dann kann ich Dann kann ich Hier hin Dann kann ich da eine Sammelstation errichten Gut Was ist wieder auf hier? Was soll das denn? Nicht so wie das können würde Ganz im Gegenteil Nehm ich so gerne mit So und die können dann hier weiter bauen Und dort Wenn wir zu dem Plutonium vorkommen Hä? Was ist wo denn? Hä? Wo wurde es angegriffen? Wo wurde es jetzt angegriffen? Oh Gott Da hat meine Unmiss nämlich gesonnen Ach wo komm ich denn her Komm die denn jetzt her? Hä? Hä? Was ist denn da über das denn? So Dann noch Cyborgs Was ist die denn auch noch Blauen Necron? Ja dann können wir da eine Gruppe bilden Warten wir sind hier wieder So Sieht hier aus Alles in Ordnung Boah ja wieder auf So Gehen bitte Auch aufbauen Das geht's Ja da kann man noch nicht mehr so viel rausholen Aber ich meine wir können aber was rausholen Das ist das wichtigste erstmal So haben wir das hier mal unter Kontrolle gebracht Oh kam die jetzt her Da oben Was ist da denn wieder? Dankeschön 750 brauche ich Da oben fahren auch Fahrzeuge rum Fällt mir ja auch nicht Ja wenn man den überbaut Und ja Pfff interessant Weil dazu mal Ah hier können wir wieder Ressourcen starten Ja das ist auch cool Lass uns irgendwie auch gerne mit So danke Himmel Jetzt können wir hier unsere Sammelstation Bauen So So Ja das soll ich mal machen Ja das lass uns wieder los Der kann wieder auf uns schießen und wenn das nicht immer wieder sehe Da unten war der Ja So ich halte dir an Lüften So 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 Jetzt können wir endlich mal was neue Einheiten bauen So 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 Okay Bauen wir hier ein bisschen Verteidigung auf. Hier, baut doch mal auf hier. Habe ich denn andere dann befohlen, die das machen sollen oder was? Ach, da brauchen wir gerade gar nichts, wie es aussieht. Ey! Ja, wird wieder abgebaut hier. Habe ich auch gerne mit. So, haben wir das hier erledigt hier. Die ist jetzt platt. Okay, das ist auch alles in Ordnung. Auch nichts passiert. Ein Sklaven nur. Okay, dann können wir wieder zurück. Das ist jetzt die Verteidigung. Die können sie dann gleich selbst verteidigen. Bistosen finden wir auch voll. Da bauen sie wieder. Ich glaube es sind nur noch Sklaven. Acht Stück. Aber ich glaube die wollten da gerade rein. Kann das sein. Die wollten da irgendwie rein. Um das abzubauen. Aber ich habe gesagt, nein. Nicht mit mir. So, können wir neue Einheiten produzieren. Skimmer. Auch nicht so viele leider. Oh, hier kaum Ressourcen kriegen. Ja, kommt her, bohr doch wieder weiter ab hier. So. Kann ich sie selbst verteidigen. Die braucht glaube ich keine Verteidigung. Ja, sie sind schwierig hier. Sieht man nämlich nicht genau, ob da eine größere Baugruppe ankommt. Man muss sie immer im Auge behalten. So, hier ist wieder repariert. Das heißt, sie können wieder hier. Er kann auch mal kurz zurück her. Ich muss da irgendwie auch noch hinkommen. Weiß ich auch noch nicht wie ich das machen soll. Muss dann vielleicht von hier irgendwie dann angreifen. Von zwei Seiten oder so. Wie die es immer machen. So. Okay, der ist auch repariert. So. Wollen wir jetzt. Ich wollte hier aufrüsten. Wie glaube ich denn. Sieben. Gut. Zehn. Dreizehn. Sechzehn. Neunzehn. Einundzwanzig. Einen könnt ihr nämlich noch. Oh ja. Danke. Oh, kommen gerade neue Ressourcen. Ja, das ist auch nicht schlecht. Gefällt mir. Das gefällt mir auch ganz gut. Ja, wenn wir da immer ein bisschen Zusatz. Ressourcen kriegen. Ja. So. 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 Das ist eine totale Vernichtung von Einheiten, was sie produzieren. Die müssen ja auch mal ein bisschen aufrüsten. 13, 16 und 15. Das war ja kein Problem. Okay, also da brauchen wir 10, 10, also 6 brauchen wir. Okay, das ist wieder in Ordnung. Wir haben hier alles repariert. Können wir auch mal kurz wieder zurück. Wir sollen mal die Wartungsfläche vergrößern. Ach nein, ich Idiot. Wie das verbaut, ich hab wieder für den Scheiß. Ja, wieder typisch. Na ja, gut, auch nicht so schlimm. Ich gucke wieder Ressourcen. So, Wartungsfläche. Ja, ich wollte wieder das hier dahin bauen. Ich hab wieder verdrückt und man kann es nicht rückgängig machen. Ja, mach das mal. So. So. Ich wollte mich mal entsprechend nutzen, um hier ein bisschen Wartungsfläche zu haben. Ein bisschen größer ist besser. So. Das ist sehr hilfreich. Dann wieder hier hoch. Gut. 25. Dann haben wir auch einen her. Dann sind die voll. So, die sind auch voll. Ja, können wir da den Sprinten auch mal gleich vorrück kennen, der Outleg ist auch sind alle hier, aber da brauchen wir noch einen Tanker, gut. Okay, so dort hätten wir ein bisschen was erreicht hier. Der ist ja sowieso lustig, der Stachel sitzt in dem Rack, in dem Ding drin, naja, wie auch lustig, echt. Ja, okay, alle dabei, alle fettig hier, ja, sieht gut aus, dann werden wir mal herbst speichern, gut, ja, halbes Stunde warten dafür, um hier eine Stellung zu kriegen. Kann ich denn von hier aus, kann ich denn von hier aus, kann ich denn von hier aus diesen Raktor-Tester, das wäre natürlich ideal. Mal gucken, was geht. Reicht nicht, dann muss ich das wohl. Doch, das reicht doch, man kann denn dann zwei Anteil angreifen. Nie mehr Nerven mehr. Ja, so könnt ihr natürlich kein Iberium abbauen. Hahaha. Hahaha. Ja, das ist unverrichtete Dinger ziehen sie wieder ab. So. Lange sind voll erstmal, das ist gut. Ey, mal diesen Slot mal zerstören, ganz langsam. Kommt da schon wieder, wieder was Großes. Aber die sammeln sie mir immer an hier, Mutanten, Kultisten, die kriegen immer hin. Oh Gott, noch mehr von denen. Oh Gott, noch mehr von denen. Was für'n Gemetzel ist das denn? Das war der erste, jetzt kommt die zweite Angriffwelle. Der ist jetzt dort worden. Haben sie gekriegt, gut. Gut, dann gehen wir mal da hin, die auch bitte. Komm her. Uh. Da wirklich durchkommen tun sie noch nicht. Alles heile geblieben. Da würd ich mal sagen, das war ein ziemlich erfolgloser Angriff. Was sind da denn Ressourcen für Braten dafür? Was ist das denn? Was ist das denn da? Okay, was ist das denn? Was ist das denn? Dann noch mehr von denen. Dann würd wir mal sagen, wie wir sagen drauf da, ne? Ja, so. So. Hey, ist mir das nicht aufgefallen? Äh, ist mir das da nicht aufgefallen? Dass da gerade keiner ist, da muss ich mal mit denen mal dahin, was soll das denn? Ja, was macht ihr denn da, los, nicht rumgammeln, los gehts, so, angreifen, los, 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 was macht der denn da, wieso, was macht der denn da, verdammt, und wir müssen uns dafür sorgen, wenn ich das hinkriege, das war nicht so gedacht, ja, geht doch dahin und macht den platt verdammt nochmal, dann müssen wir jetzt ganz schnell zurück. Ich hole ihn nicht mehr an, ne? Na super, jetzt haben wir ihn da nicht mehr, oder was? Weil ich keine Einheiten da hinkriege. Komm schon. Das dauert zu lange, bis sie da sind. Wie ist mir das nicht aufgefallen, dass sie da aufgebaut haben? Sofort dahin, sofort, sofort, sofort. So. 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 So, so. So. Sore. So, so, so. So und zurück. Was wird das denn her? Ja, du auch. Vielleicht da haben wir wieder mit hin. Wir haben doch gerade so irgendetwas Tolle gebracht. Scheiße, was war das denn? Meine Gruppe übrig geblieben, das ist nie kurz viel. Ja, ich war gerade in der Offensive da, wo ich plötzlich überrascht davon, dass die plötzlich fertig aufgebaut hatten. Komm, wir sind ja hier. Gibt's doch gar nicht. Ja. Muss ich wieder aufpassen, ey, das ging ja grässlich. So, 14, 17, 20, 23, so. Dann brauchen wir eine Gruppe. Dann. So, drei. Ja. Und nur eine, so. So. Ja, jetzt können wir irgendwie weitermachen, ne? Genau. Hab ich repariert. Ach, da haben wir Glück gehabt, dass wir das noch hingekriegt haben. Gerade rechtzeitig. Ich kann ja selbst da nicht hinkommen. Ich kann ja selbst da nicht hinkommen. Es sei denn, ich müsste das dann die Nase wegklauen. Dann könnte das aber funktionieren. Aber, ja. Ja. Okay, jetzt können wir uns langsam wieder fortbewegen gleich. Ja. 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 Jetzt sind wir schon ein bisschen aufgeräumt hier hinten. Aber dann müssen wir gucken, wie das weitergeht hier. Da müssen wir irgendwie alles auch noch platt machen alles. Komm her. Und wieder Ressourcen starten. Okay. So kriegt der mich. Nur noch zwei Baustlafen. Ich verstehe. Ist hier aus? Oh, bald fertig. Ja. Ah, hab ich voll verpennt. Wie lange wir runter. Aber dauert wieder eine Weile. Ja, noch hat natürlich die Produktion vollkommen funktionsfähig bei denen. Aber wir haben ein bisschen abgeklemmt von denen. Das haben wir unter Kontrolle hier unten. Komm wieder in eine Gruppe hier. Und klar. Ah. Ah. Ja. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut.